Kinowelt darf sie mit ganz besonderem Vergnügen einladen, an der Silvesterparty im Monsignor Hotel teilzunehmen. Zu der einige höchst ungewöhnliche Gäste ihr Erscheinen angekündigt haben. Wir haben reserviert. Und ein einsamer Hotelpage namens seinen ersten Arbeitstag erlebt. Sie haben nichts weiter zu tun, als die Stellung zu halten. Okay. Und dem die Nacht seines Lebens bevorsteht. Sie haben ein Problem? Ich habe kein Problem. Ich habe Probleme. Plural. Meine Kinder werden heute Abend hierbleiben und fernsen. Mit Flaschenöffner! Falls meinen Kindern etwas zustufen sollten, möchte ich nicht in ihre Haut stecken. Wir fünf feiern Hexensabbat. Hexensabbat? Hexen wie sabbern? Sabbat! Ein Hexensabbat! Ich finde, diesem Gesicht kann man verbrauchen. Ich kann nicht alles in diesem Hotel allein machen. Wollen Sie damit sagen, meine Frau Betrübung? Oh nein! Was? Ich muss hier raus. Wir wünschen, dass Sie... Oh nein! Ich schneide Norman nicht in Lingen! Eine Wahnsinnsenachter. Klappe! Ich stecke hier in einer Situation, für die ich Ihnen beim besten Willen keine Erklärung geben kann. Tim Roth, Antonio Banderas, Jennifer Beals, Valeria Golino, Madonna, Ioni Sky, Lily Taylor, Marisa Tomei und Tamlin Tomita. In einem neuen Film der Regisseure Alison Anders, Alexander Rockwell, Roberto Rodriguez und Quentin Tarantino. Ich hatte eine echt schlimme Nacht. Oh, wirklich!